Okay, weiter, 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 immer weiter Oh, fuck Wie habe ich das ausgewichten? Oh, yeah Mann, aber die Zeitlupe sind zum Glück geblieben Jetzt erstmal mit allem nachladen Oh, fuck Zwischendurch Aha Gib mir mal lieber hier etwas Unterstützung Scheiße, ich habe fast keine Muni mehr für mein Sturmgewehr Kaum habe ich den einen weg, schon kommt der nächste Okay, das war's Oh nein, das ist ein Magazin Oh, fuck Oh, fuck Not today Motherfuck Oh, fuck Get shit on Oh, man Double Jawohl Get shit on Okay Okay Puh Oh Uff Ich bin, ich bin ja auch schlau Erst schießt, dann nachladen Warum sind die eigentlich So verfickt Viele Munitionskisten Hey, let's play hide and seek Ich glaube, mit so einem Typen möchte ich nicht verstecken spielen Also, ich weiß ja nicht Jawohl Ich sag's euch Das Ding hier, das haut rein Nachladen Jawohl Oh ja, Mann Ich hab 1900 Hier, die Schoflinte Verkaufen Meine Schoflinte Kaufen Okay, habe ich sonst noch irgendwas, das ich verkaufen könnte? Eigentlich nicht Okay, wie viele Plätze habe ich frei? Wo konnte man das nochmal? Ah, hier Das würde nicht arg viel Das würde irgendwie nichts ändern Okay, jetzt habe ich ein volles Sturmgewehr Und noch eine Schrotze Das kann jetzt nur so werden Also, jetzt sollte der neue Endgegner kommen Dieser kann sich zum Glück nicht mehr unsichtbar machen Aber er ist trotzdem extrem Also, ich konnte ihn im Online bis jetzt noch nicht besiegen Mal schauen, ob ich es Ob ich es Solo schaffe Wäre geil, wenn man hier irgendwie seine So Power-Ups Auf seine Waffen drauf machen könnte Also, das würde ich richtig geil finden Ja, ähm Das ist der neue Der ist sehr nah Fuck, Gas Ähm, nein Nichts gibt's Nervengas Ja, was ist der neue Waffen? Das ist der Neu Das ist der Neu Das ist mein normaler Ganatio Komm nur näher Wie näher du kommst, desto leichter wirst du zu töten Oh fuck, es ist eine andere Granate Und das sind Thresh-Mobs Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Er entzieht mir meine HP Fuck 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 Ja, die Showfilter von Magic ist eigentlich voll geil Ich hab sie anfangs irgendwie nicht gemocht Aber jetzt, jetzt wo ich sie so spiele Ach, der Typ ist richtig hart Wow Will ich jetzt nicht sagen, aber Irgendwie, er ist irgendwie schnell Aber warum zieht der mir so wenig No, komm schon Okay Okay Der hält sich für den großen, bösen Wolf So wie ich gerade höre Oh Gott, Allah Oh Gott Ah, komm nicht schon wieder Wer geht die Muni aus Ich muss jetzt laufen So fucking schnell Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich habe eine Anmöte gefunden. Und ich schraue dich, dass es nicht passiert ist. Ich schlaue die Augen und die Beine sind nicht so. Ich bin alt, aber du bist mit mir tot. Was? Hier ist eine Bordung für dich. Meine Twinfangs. Oh Gott! Fuck 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 fuck, ich weiß ein Apfel. Ammo. Ammo. Ich habe eine Art Waffe. Wie gefährlich. Oh mein Gott, eine Weste. Äh, will der Typ so viele Waffen haben, Nervengas und auch noch so ein Anzug, würde ich schon Angst haben, wenn ihr seinen Sprüchen gerade gefolgt seid. Ich will aber nichts Explosives. Zumindest noch. Oh mein Gott. Ich gehe übrigens näher an ihn ran, wegen der Stromfinte, weil die macht... die sollte... mehr Schaden reinhauen. Ah, stirb du! Genau, bleib am Boden, Mann. Alter, okay. Die Runde lief vollklammend lang. Vor allem der Endkampf. Oh Mann, das war... richtig krass. Bin gerade halb B, dass ich den Boss endlich besiegt habe. Okay, wollt ihr mehr von Killing Floor 2 sehen? Dann schreibt mir mal einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.